Gibt es einen Film? Bei den Böhm, oder? Wahnsinn. Fürs YouTube Einsatzfahrt. Ja, das gibt es. Ich muss mal schauen, wie unter Brandgård Bern, an der Kateroffentür, Brandgård Bern Company 3, gibt es einen YouTube-Film, wo wir einen Einsatz haben, wo wir einen Tag machen. Dann nimmt man jemanden aus dem Renault S-Pass aus. Genau. Das gibt es, ja. Wow! So sieht es aus. Gut. Was ist denn so lang? Die Brandgård? Das gelbe ist, das Brandgård. Das ist äh... Das ist äh... Das ist äh... Und das Platz ist auch noch S-Pol-B... S-Pol-B... äh... Familientag, oder? Ja. Das war's. Das war's.